Und da denke ich mal, werden wir das jetzt noch schlafen. So, dann springen wir mal gleich todismutig hier runter. Ja, den Ring da drüben haben wir ja schon. So, das Alte brauchen wir ja auch nicht. Haben wir ja schon. Gut, dann erst einmal auf die ähnliche Schaltfläche. Zack. So, und jetzt hier rein, da auch und immer weiter tauschen. Ach, was mache ich denn? Oh Gott, den Stein will nicht so, wie ich will. Was haben wir? Einen Schlüssel. Cool. Was können wir da jetzt machen? Und wohin können wir? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das tut weh. Und schon habe ich noch ein Herz. So geil. Gut. So, und ich glaube, jetzt müssen wir wieder Wasser hineinströmen lassen. Hey, da können wir ja auch endlich da drüben hin. So, als normales Wasser hier hereinströmen lassen. Oh, der Wasser strömt rein. Der Wasser römt, stimmt. Ach, komm. Ha, total verwirrt. Und freu dich überrascht, dass ich endlich weiterkomme. Hey, ein Schlüssel. Wahrscheinlich ein Master-Schlüssel, so wie es aussah. So, geh kaputt. So, hab ich dich. So, lass mal nochmal Wasser hier rein. Hier, herein, strömen. Jetzt habe ich es. Yeah. Wasser. Jetzt bin ich gerade da oben, komme ich natürlich nicht lang. Da, ich dafür einen Schlüssel brauche, wäre jetzt gedacht. Hobby Lane. Na gut, dann werden wir erstmal ein Stückchen laufen, 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 betroffen werden und noch mehr laufen. Nein. Oh, spring doch nicht link, Mensch. Was haben wir hier? Noch einen Schlüssel, nehme ich an. Genau. So, mal sehen. Da oben ist dann das Ene. Und diese Kiste da unten brauche ich noch. Also, was ich jetzt hier alles anrichten kann, bestimmt irgendwas. Gut, da bin ich nicht hin, aber da drüben habe ich... Halt, Moment. Da fällt mir doch was ein. Nein. Oh Gott. Schickt mich doch nicht zurück. Haha. Ich bin doch pfiffig bin ich doch. Gut, was nützt mir das an? Je-doch. Lass mich raten, hier sind die, äh, 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 die Posttüren. Au. 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 Ach komm. Jetzt. Lass mich da vorbei, meine Güte. Was ist eigentlich die Kiste? Ach, das war die Kiste. Jetzt fällt es mir ein. Äh, wo muss ich da nochmal lang? Bringt mir sehr viel. Ich muss nach oben. War hier nicht irgendwo eine Treppe? Und hier kommt es nach oben, aber naja. Trinkt mir das hier wirklich was? Ja, es sieht gut aus. Gut, jetzt haben wir noch einen Schüssel. Jetzt dürfen wir eigentlich die Höhle abschließen können. Gut. Dann werden wir das auch gleich tun. Endboss, wir kommen. Mhahaha. Gut, ich hoffe, äh, nein, da muss ich aber anders lang. Wo anders muss ich da hin? Ah, gut, da komm ich nicht lang. Gut, dann gehe ich da nicht lang. Gehe ich halt da oben lang. Verdammt. Uh, da machen wir es halt anders. Wo ich jetzt auch ganz anders bocken könnte. Ah, egal. Nicht so schlimm. Der Weg geht ebenfalls. Wieso wollen wir jedes Mal diese Fichte an die Gurke? Ich verstehe es nicht. Ich habe Ihnen nichts getan und trotzdem greifen Sie mich an. Ich habe ihn nicht getan. Du bist ja das Fehl, was nicht durch ein Schwert kaputt geht. Komisch. Ich hätte schweren können, ich müsste die Krabbe, wenn sie das einmal getroffen haben. So, dann hier ein Gaserkern oder ein Ring? Was bist du? Gaserkern. Muss ja irgend sowas sein. Zack. Schlüssel Nummer 2 eingesetzt. Komm, komm, komm. Geh kaputt. Yeah. Geh kaputt. Äh. Äh. Hä? Was? Äh, okay. Sehe ich ein? Oder auch nicht? Hä? Äh, okay. Äh, 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 ja, nee, ist klar. Hä? Hä? Seht mich sichtlich verwirrt? Äh, ich... Keine Ahnung. Weil da drüben ist eigentlich der Master-Schlüssel. Und ich sehe nirgends... Aber höchstens ist da unten der Raum, wie komme ich denn da hin? Äh, wie komme ich denn da hin? Ja, schön. Ein unbesuchter Raum und wie komme ich da hin? Verschwende. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Äh... Döhm, 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 d Das ist doch ein Mist! Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich... Au! Au! Alter, kommt! Lass mich doch mal in Ruhe! Ich brauche jetzt hier vor. Runterrundungen... ... zur Seite. Da drü... Nee, ich wollte jetzt nicht, dass ich echt das ganze leer mache. Ach komm! Komm ich da auch nicht irgendwie anders hin? Doch, von oben. Oh Gott! Au! Oh Gott! 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 Oder muss ich vielleicht sogar doch ein bisschen anders denken? Bis zum nächsten Mal.